CD Austria 2 2010, ab 31. Dezember, überall im Fachhandel. Die neue CD Austria kommt. Mit dabei auf der Zweifach-DVD, das große Windows 7 Powerpack. Nie wieder lästige Treibersuche, das Treiberstudio 2010 erkennt alle angeschlossenen Geräte und bietet ihnen den optimalsten und aktuellsten Treiber an. Damit ist auch der Anschluss betagter Geräte kein Problem mehr. Außerdem ein Handbuch zu Windows 7 mit vollen 744 Seiten Praxis-Know-how. Windows 7 macht gar nicht so viele Probleme, wie dieses Nachschlagewerk Lösungen bereitstellt. Universallexikon 2010, das universelle Nachschlagewerk für die ganze Familie mit Antworten auf die neugierigen Fragen der Kleinen und einer Fülle an Material für Schüler, Studierende und Erwachsene. Drive Defrag 2009 von Simon Tools beschleunigt Ihr System verlässlich. System App File Shredder vernichtet Ihre Daten, sofern Sie das wünschen. Von vertraulichen Dokumenten bleibt so nicht der kleinste Rest. Ihre detektivischen Fähigkeiten können Sie mit den Rate-Krimis in 14 Fällen unter Beweis stellen. Inzwischen ist eine wahre Flut an Zubehör für Apples iPod erhältlich. Nicht weiter verwunderlich, schließlich sorgt allein die Erwähnung des Geräts für Interesse und bessere Absatzchancen. Eine Auswahl an interessanten Produkten haben wir für Sie zusammengestellt. Browser-Games erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Gründe dafür sind simpel. So gut wie jeder verfügt über Internet und Browser. Die Games sind einfach und schnell zu spielen und im Großen und Ganzen gratis. Oder auch nicht. Wir stellen Ihnen 22 Note und Netbooks von 11 verschiedenen Herstellern vor. Auch Sie finden hier sicherlich das passende Gerät. Office 2010 steht in den Startlöchern. Wir zeigen Ihnen anhand der Beta-Version die ersten Verbesserungen und neuen Funktionen. Das und vieles mehr auf der neuen CD Austria. CD Austria im Fachhandel.